Gut, dann wollen wir mal zum Feuere der Leidenschaft in Runde 3. Sind Sie bereit? Nö. Versteh ich nicht. Ich krieg immer diesen komischen Sockel, ne? Wo verschwindet der eigentlich immer hin? In dein Arsenal oben? Nö, da ist der nie. Ach so, die Sockel, ne, die Sockel. Ähm, warte, ist aber trotzdem, ach, fertig, dann musst du unten, ach, dann musst du auf Agent gehen, dann draufklicken, Info, und dann steht da Upgrades. Und dann kannst du deine, äh, Skills ausrüsten. Die verschwinden allerdings auch nach einer Zeit zur Info, ne? Ja, ja, ich hab jetzt einmal Cyberbrain-Sockel drinne, und physische Sockel, so. Fähigkeitssockel, das ist, das, was. Es ist egal. Höh, höh. Aufgeschissen. Gehen wir jetzt hin. Ach, wieder zum. Nein. Ach, äh, Dapping-Station. Oh, das sind die beiden kleinsten Maps. Ja, ist auch okay. Du möchtest zum Sterben. Ahh. De 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 de. Love is in the air. Ah, ich liebe meine Knarre, ne? den würde ich gerne abends mit ins Bett nehmen ok warum bin ich schon wieder auf der Seite ich will mal auf der anderen Seite rauskommen keine Ahnung es kommt weil ich im B bin und bis im A glaube ich auch mir allerdings ein bisschen schade dass das dann immer fest steht weil so können die Leute sich direkt auf links einstellen ob das jetzt er sagte der Tatart er tat 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 er es ist die wieder die das vor die die du in den Kopf geschossen hast Ja, 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 nein, 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 hau, leck mir doch alle Füße, Alter. Okay, warte. Füße. Oh, scheiß, niemand. Ich hör dich. Nein. Siehst du, du darfst hier gar nicht rein. Wo darf ich nicht rein? Ich darf nicht in dir rein. Aber ich war zum Kaffee und Kuchen vorbei. Auf meinen Kopf schutz, du darfst hier nicht rein. Nein, du kommst hier nicht rein. Scheiße. Komm, tanz für mich. Ja! I kill you. Du bist ein Gollum oder was? Oh? Oh ja? Wo bist du? Wo bist du? Da, da. Was? Da, bitte ich schießen, Mann. Achte dabei mal auf die Karte. Dann siehst du sogar, wo ich bin. Oh, da oben, da. Da unten. Da. Oh, shit. Du hast auch eine Kanade geschmissen. Oh, oh, oh. Nicht. Oh, lauf doch weg, du blöde Kuh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Ey, ich glaube, ich bekomme, wenn ich das hochlade, so viele Hate-Likes, weil es irgendwie voll sexistisch ist. Prozent Vorurteile bei Videospielern sechs ist es der gefährlich wie ich hier gerade bin und dann bist du da 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 und sie Aaaaahhhhhhhhhh Geseehen wie ich um dich im Kreis getanzt bin? Jaa Häh? 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 Was ist? Ziehst du mich? Ja? Ist mir nachgelaufen? Nein. Nein? Okay. Häh? Wann weggelaufen? Oh. Hab mich? Häh? 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 Das war jetzt definitiv beunruhigend Achtung Achtung Gollum is real Au! Geil du Penner meine Drohnen sind... Achtung Ich hab gesehen von wo aus du die Granaten gestartet hast Ich so okay, die bleibt mit Garantie stehen Also machst du den Bogen Und dann schmackst du die Granaten Ich sehe tote Menschen Ja, als ich sehe tote Menschen sei es allerdings vor meiner Nase in Flammen aufgegangen wie ein Dämon Oh maaaam Oh ne 5 zu 3 Komm du schlägst dich schon mal besser Viel viel besser Ja 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 Ja